Servus Freunde und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Pato. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Shigi ist auch am Start, weil wie es im Titel steht, Shigi hat eine Icon gezogen und ich finde meiner Meinung nach ist es eine sehr sehr krasse Icon, der diese Kröte gezogen hat. Also schon langsam bin ich hier gar nicht mehr erwünscht, weil Shigi macht eh alles. Wenn ich mir denke, letztes Jahr das Weltrekordpack, er zieht einfach Toti, Ronaldo und Toti Messi in einem Zwei-Spieler-Set. Das war zu wild und heute in FIFA 20 außerhalb dieser Icon Packs habe ich nicht eine einzige Icon gezogen. Jetzt, am 9.10. ist ja das offizielle Release, habe ich schon meine erste Icon gezogen. Sagen wir Shigi. Der Clou an der ganzen Sache ist, die Icon gehört nicht mir. Die Icon habe ich für den Zuschauer gezogen, für den Maxwell, aber warum packe ich das in ein Video rein? Weil ich habe diese Icon in einen 100k Free-Pack gezogen und vorgestern habe ich euch das Video gepostet, wie ihr zu zweimal 100k Free-Packs kommt. Erster Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das ganze nochmal anschauen, wie ihr zu diesen Free-Packs kommt. Aber, aber, aber Leute, wisst ihr was das heftigste ist? Ich habe ihn in die Icon gezogen und eine halbe Stunde später hat er noch eine viel, viel krassere Icon gezogen. Ich zeige euch das. Er hat 90er Icon Cantona eine halbe Stunde später gezogen. Das ist der gute Maxwell MX Graphic oder keine Ahnung, wie man das spricht. Das R vergesse ich immer, aber zu wild. Gigi Maxwell nochmal an der Stelle und danke nochmal, dass du deine Packs in meinem Stream geöffnet hast. Natürlich Leute, es ist alles Glückssache, ob man was krasses sieht, weil mein Moderator Nexus und Noah haben auch bei mir die 100k Packs geöffnet. Leider Gottes hatten sie nichts Wildes drin, aber diese Icon, holy moly, die hat ja komplett den Vogel abgeschossen. Aber Leute, ich habe auch noch eine weitere Frage an euch und zwar, erstens, ich streame um 22 Uhr, wenn ihr Bock habt auf einen Lit-Night-Stream Twitch Part of FIFA. Ich habe nämlich noch 6 Packs hier, davon sind 2x100k Packs. Hier sind die 2x100k Packs. Jetzt ist aber meine Frage, Freunde, wie würdet ihr das Ganze machen? Ich habe ja eine Road to Glory, Division Rivals, ich habe hier meine Belohnungen und ich weiß nicht, auf was ich gehen soll. Schaut, das sind 8 Packs, 4x15k Packs, 2x50k Packs und 2x30k Packs sind das. Oder soll ich auf Hype gehen? 2x15, 1x50, 1x35k Packs. Ich habe keine, oder 30k, keine Ahnung, nur was das Pack ist. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ihr könnt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wie würdet ihr das Ganze handhaben? Würdet ihr Untreadable Packs nehmen? Es kann ja sein, dass was richtig krasses dabei ist, was ich ja dann sowieso in meinem Main-Team spielen würde. Nehmen wir jetzt mal an, Mbappé, Neymar, Ronaldo so, den würde ich wahrscheinlich nicht verkaufen. Und wenn ich diese 8 Packs nehme, habe ich ja auch noch SPC-Stuff. Wie soll ich das machen? Wie würdet ihr das Ganze handhaben, Leute? Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren. Und wie gesagt, um 22 Uhr Livestream Twitch Part 2 FIFA. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich mit diesem geilen Icon-Pack. Ciao, Leute! 2x100K-Packs, Leute! 2x100K-Packs! Bitte, bitte! Schicke-Luck! Die Packs in Untread? Ja! Bitte! Good luck for Maxwell! Komm! Bitte besser als bei Nexus! Bitte, 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 bitte! Ein Walkout! 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 Und die ist auch geil! Eine Ikone! Eine Ikone! Und die ist krank! Die ist krank, die Anke! Es ist viel zu spät! Was? Und schon wieder, Schicke! Und schon wieder, Schicke, Leute! Eine Ikone! Und was hat der für krankes Dats? Oh, Chu Gomez ist auch noch am Start! Chu Gomez ist auch noch da! Tag, wir Fico-Cookie! Was ist das für ein 100K-Pack? Was ist das für ein 100K-Pack, Alter? Ab wer steht, würde ich sagen! Ich glaube auch! Warai-Katz sieht richtig krank aus! Den habe ich in meinem Main-Team, der ist auch geil! Was ist das für ein 100K-Pack? Und noch ein 10er! Hast du da was gepostet auf Ansage oder was? Danke, ihr Beuki, für den 10er! Ich habe das überlesen! Ne, Davis ist auch, oder was? Davis auch noch! Davis auch noch! Reichert, Koke, Taglia, Fico, Joe Gomez, Juri und Davis, Alter! Was ist das für ein krankes Pack? Da hat sich das Schwitzen gelohnt, Alter!